Guten Abend. Als erstes möchte ich natürlich dem Club und dem Präsidenten für die Chance, diese Mannschaft zu trainieren, danken. Wir sind der beste Club der Welt, mit den besten Fans der Welt und wir müssen versuchen, ab sofort so viel zu gewinnen wie möglich. Das einzige, was ich versprechen kann, ist, dass ich gemeinsam mit den Spielern alles geben werde, nichts anderes. Das Wichtigste ist, dass ich ab morgen mit dem Team arbeiten kann. Ab morgen wird sich einiges ändern. Ich werde mit ganzem Herzen für diesen Club kämpfen, damit alles besser wird. Vielen Dank. Und wir versuchen, dass alles gut geht. Vielen Dank an alle. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus